Musik 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 Scheiße, ich glaube die ganze Aufnahme ist noch drin Egal Ihr seht es, sorry Hallo und jetzt ich komme zu einer weiteren Runde Richtig Bluens Tower Defense 6 Hier auf meinem Kanal Auf klicken oder können Wenn es wenn Lass dein Abo da Like die Video Schreib das in die Kommentare Und aktiviert die Glocke Ich weiß nicht, ob der hier was bringt Wir machen ihn einfach mal Aber hier kann ich bisschen Ja, gehen wir hier Wie immer, wir starten gleich Ehm Wie auch Was ist das? Ehm aktiviert die Glocke. Viel Spaß bei diesem Video. In der Beschreibung ist mein Instagram und mein Twitter-Account verlinkt. Schaut mal vorbei. Lasst mir viel Liebe auf meinem Kanal. Das wäre schön. Gebt mir mal eine Chance. Lasst mein Abo da. Vom Montag bis Freitag 17.30 Uhr gibt es wechselnde Videoformate. Und News auch, wenn ich das Game habe auf Bunt. Also, schreibt mal in die Kommentare. Lasst mal was da. Wie heißt es? Da ist Dribbel da. Danke. Das wäre sehr hilfreich. Ich würde mich tierisch drüber freuen. Er macht das wirklich alles sehr gerne. Es macht mir Spaß, Videos auf YouTube zu bringen. Einfach Gameplays. Muss nicht immer gut sein. Es soll um den Unterhaltungsfaktor gehen. Ich hoffe, es ist so ein Hältchen. Ja, mich selber am meisten. Am jeden. Jetzt machen wir hier eine kurze Runde Glutes Tower Defense. Yeah. Weil ich muss schnell fertig werden. Das klingt mir so komisch. Das klingt so lieblos. Es tut mir auch so leid, wenn ich das so sage. Ähm, ich muss nur schnell fertig werden. Leider. Aber ich gebe mir später wieder mehr in Mühe. Auf jeden Fall. Kein Problem. Was? Da kommt jemand durch? Komm schon. Mach den Platz. Okay, wir haben 1, 3. Könnte ich was dazu stellen? Was konnte ich denn wirklich gebrauchen? Ähm, Entschuldigung, Kanone. 1, 2 und jetzt gleich noch eine dritte. Machen die das alle mit? Ein pocher. Das kann ich gar nicht. Ist so eine Scheiße. Ich will jetzt mal ein pocher. Ähm, aber vielleicht nicht. Als sie die reiche machen ist gerne, ist das ja auch gar kein kacke an. Mono Sound. Ich brauche vielleicht ein pocher. Die Umgebung Abzuhören, weil es war noch schnell. Keine schneller Runde. Ich kriege mich, dass er es gestellte. Yeah! Hatte ja alles ins Videolaber. Mein Gott, es tut mir auch so leid. Aber ich muss da hinhalten. Wir sind nur noch nur wenige. 14 Abonnenten. Aber hey, wir können mehr werden. Wir können wachsen. Auf jeden Fall. Okay, weiter. Okay, ich habe vielleicht 6. Ich will mir 11 mal rein. Äh, 6. Ja, komm, die kommen durch. Hä? Ich überlege, ich überlege, was brauche ich auf jeden Fall noch. Ich will noch kein Heli. Aber. Das hier. Das ist auch eine Menge. Wir können hinten, haben wir da noch ein bisschen Depp. Das ist ja auch sehr gut. Deswegen machen wir es mal hinten. Das Steppe ist ja auch richtig gut. Ich bin dafür, dass wir erst mal. Das hier. Das hier. Da ist ja schon mal sehr viel schneller nachladen können. Oh, schießen. Yeah. Ja, ja. Ja, ja, ja. So gut, so gut. So gut, so gut. So gut, so gut. Dann ist das Bild auch. Ah, da kommt immer noch welche durch! Am Arsch! Warum das denn? Ähm, kurz drücken wir mal mehr auf den vorderen Schutz. Okay, getarnte können wir noch nicht. Die Drohne ist noch nicht da. Schade. Ich mag Etienne. Etienne ist cooler, cooler Held ohne Scheiß. Äh, ich sehe nichts auf dem Weg. Ah, nein. Ah, nein. Okay, ich muss noch mal das hier mal. Das ist gut. Also nicht fertig, aber für das erste Mal fertig. Können wir natürlich noch die anderen Leute so gerne und gerne mal beschützen. Jaja, jetzt sieht es schon ein bisschen stabiler aus, Mensch. Wir richten auch schon mehr Schaden an. Das ist schon mal sehr gut. Okay, da okay. Rein geht's. Wie ist das Kumpel? Ich bin in der halben Uhr höher, wo ich sage. Oh, ich bin in der halben Uhr. Vorher war es viel Dumm von mir. Ja, das geht mir mal ein Kumpel. 1,9, 1,9. Ähm, machen wir den großen mal ein bisschen stärker. Können wir glaube ich auch schon. Ja, okay. Äh, genau. Die habe ich ja auch. Ja, das sieht gut aus. Jetzt müssen wir endlich mal Geld sammeln. und wir haben eine zweite Drohne, uiih! weiter geht es weiter geht es, nein sag ich nicht, ich halte es auf meinem Maul ich bin darüber, dass wir das ein bisschen schneller machen, also hier und hier drauf, schnell schießen, schneller, ok gut, aber es kann nicht schaden, wenn wir doch ein bisschen schneller machen, dann ist es uns auf die Forderung der Tür zu konzentrieren, das kann eigentlich ganz gut sein ah, nehmt gleich, wir haben doch eine Drohne, mein Gott, wenn ich zu kurz auch ein Video denke, ich weiß gar nicht, wer jetzt hier in die Uhr guckt ah, ich hab keine Ahnung, wenn das Video nur so zwilogiert, dann tut es mir leid, ich muss jetzt ganz ganz schnell ein kurzes Video machen ja, wir werden hier machen, weil er gesagt ist, er müsste sein Leben, Farming, erschellen, wie wir uns geschellt haben, das ist schlecht ich muss hier noch weiter loggen, na komm, der wird nicht ok, scheiße, getarnte wir können auch nichts getarntes angreifen ok, ich würd sagen, erstmal den hier wir sehen hier, da haben wir auch sehr starke, sehr stabile Angriffswelle ja, halt ein bisschen nach dem Verteidig, vielleicht sind das, dass die Verteidigungen vorbeikommen kann ich schon, nein, und ich glaube, das ist das nicht ja, ich hab's doch nicht dabei, ich red's doch ist es doch schon, wie es ist der Fehler, ist es doch schon weißt du, wir haben jetzt wenig eigentlich doch, ein sehr stabiles Feld ja, das ist gut wir machen doch weiter wir machen doch weiter ich würd sagen, wir stellen, wir machen jetzt anders, da ich auf eine angenehme Videolänge komme ich möchte ja auch nicht zu kurzes Video haben äh, wir bauen jetzt nichts mehr hin auf die Karte auf die Karte auf die Karte hier drüben wir noch das, was wir haben und das war's und gucken, wie weit wir kommen also mehr machen wir jetzt wirklich nicht so, wie man spielt, man spielt nur die V39 äh, zu kurzes Video möchte ich auch nicht machen, das fühle ich mich nicht wohl aber wenn ich jetzt so ein bisschen Zeitdruck habe, weil sie bald an der Tür schenken kann ich würde jetzt so nachbretchen nehmen werden, dass es in der Aufnahme rauskommt, dass ich jetzt auch nicht erzählen konnte äh, ich bin da leider ich bin schlecht, glaube ich auch gut ich habe zu viel zu viel Bullshit ähh zu gestern auch Glück oder Köttemberg wenn es will, lass dein Abo da, like die Videos, schreib es in die Kommentare, aktiviert die Glocke ähm, Instagram und Twitter sind unten hinter Beschreibung verlinkt guckt auch mal, checkt mal auf, checkt mal meinen ganzen Kanal ab, der nicht zufällig auf meinen Videos durchscht und es bis jetzt guckt ich habe eine Menge Videos raus, äh, kaum bis jetzt, ich bin ja dabei ich haue als sehr viele Videos raus, ich habe auch ein paar andere Formate, die die Playlist, also ich habe für alles, was ich bis jetzt gemacht habe, Playlist ich bin ja nur ein Idiot, ich habe hier Playlist also gut, checkt das alles mal ab, checkt meinen Kanal komplett ab ähm, vor 17.30 Uhr, also 17.30 Uhr von Montag zu Freitag, da gibt es wechselnde Formate Zeit habe ich hier leider Festival-Formate, das heißt Rocket League, Dragmania und Fallguys ich werde aber, denk ich mal, ab nächster Woche was anderes bringen ich weiß nur noch nicht was ähm, wie gesagt, also, die konnten bei mir auch etwas wünschen, solange ich das Spiel auch habe wenn ich es kaufen muss, muss ich erstmal gucken, wenn es wieder Geld gibt wenn ich arbeite, äh, Geld zu begrenzen ist recht in diesen Zeiten aber das ist ja immer wieder Geld, was ich auch halten werde, ne? also, ähm, wie gesagt, Montag zu Freitag, 17.30 Uhr könnte man auch im Spiel sich wünschen da ich irgendeinen Titel raushaue, eine Serie raushaue, was auch immer Feste Formate sind von, und das ist Sonntag, also eine Wochenendtag, das sind 10 Video Formate äh, ziehen sich auf 5 Tage und dann wiederholt sich boah, ja, so sieht es erstmal bei mir aus ja, ich bin ja dabei und ich versuche mein Ding, 14 Abonnenten, bin stolz auf den Einzelnen, bin glücklich darüber ich sag mal, anders auf bei mir auf dem Kanal, so ein paar Monate also, gib mir den Song, check meine Videos ab ich versuche besser zu werden ich will es mal alles, ich versuche, es ist witzig, aber ich... boah, ist das hier stark da vielleicht wirklich nichts mehr hinstellen will, nur noch, dass er sich ja betügen will das ist stark, ja, also wow joo, dann gehen wir hier mal auf, ja die Hörer? ha 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 ähm, boah, sieht gut aus bis jetzt, äh boah, das ist ein wirklich stark was macht denn gleich noch mehr von den Morabs kommt? ob es nicht immer noch so gut euch setzt, ich weiß es nicht ja, ich will gucken, wie lange das Video jetzt gehört, also ich wollte kein kurzes, was auch noch nicht mehr so gedacht haben, ich werde aber auch kein Exklimatis draus ich glaub doch wie gesagt, ich, äh, tue nichts mehr auf die Karte setzen, ich werde das euch auf die Karte abtunen ich werde auch unten keine von den Hilfsmitteln einsetzen oh, der ist jetzt wieder vorbei, ist das vorbei, wenn nicht, dann nicht äh, natürlich noch ein bisschen die Hörer muss man labern wenn ich seh die Hörer kann, ist ja wohl, ich kann jeder auf die Hörer ist ich seh die Hörer, 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 ich seh die Hörer ich könnte mal einen 50 gra, von Monus okay, wenn man mehr von den Rufen kommt wird schon interessant wie stark ist meine Fröße äh, das macht sehr gut Schaden, finde ich hab ich noch nie so gut getune ok, 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 ok öh Äh, läuft gut, ne? Boah, das Carapult ist soo und taue! Scheiße, das muss man schon mal schaffen. Na dann! Äh, das kann drauf machen, das können jetzt den Carapult nicht so vieles Maximum. Ähm, nee. Kann ich das schon übermachen? Über 1.000.000? Würde ich sagen, wo gehen dann noch die Flugzeugträger? Auf dem weiß gar nicht mal so scheiße. Ah, okay, jetzt merken wir uns ein paar Schwächen. Aber läuft das gleich genug? Okay, ich denke mal, wir werden bald in die Finanze kommen. Aber läuft gut. Ich denke, bin ich auch gut bei einem. Ja gut, wir haben vorne schon eine gute Verteidigung. Wenn mehrere kommen, merken uns einfach. Schauen wir uns mal unsere Katapult. Gar nichts. Konsensweise war alles sehr stark. Finde ich gut. Joa, jetzt wollen wir uns mal das hier. Wird schon noch stärker. Ähm, ich glaube wir hatten eine sehr lange Runde. Sehr lange jetzt nicht, aber schon mal Runde 67. Und wir stellen uns zu hin. Wir tun noch das, was da alles ist. Oh, die schießen ja Raketen, die kleinen Flugzeuge. Eieie, ist das geil. Jetzt muss ich ja öfters mal fühlen lassen. Wenn das gleiche Spiel kommt, dann haben wir unser MDR rein. Ich denke ich mal, wir sind ja sehr süß. Okay, nochmal. Ja, nochmal nochmal. Runde 70, immer noch keine Probleme. Boah, das ist stark. Haha, sieht sehr stabil aus. Wie soll ich das sagen? Na gut. Ey, du greifst immer noch weiter, weiter, weiter. Und du gibst doch. Das gleiche. Wer hat mich zu sein, wirklich? Hä? Das war so süß. Das ist eine gute Kräger, das ist ein bisschen stark. Das ist ein kleinen Flugzeug auch in der Flugschießung und Pfeile, boah, das blöde ist 2, 2, 3 2, 3, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 3 3 4 5 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 7 8 9 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 14 15 16 15 15 15 15 15 15 Ich habe mich vergessen, ob Glocke oder Költen wird nicht entlassen, aber da schreit ich mich auf keine Aktivität Glocke. Aber das ist gut. Ja, und in der Beschreibung Instagram und Twitter, bitte folgen. Heftig. Tonscheiß, Runde sind 80. Voll. Hört gut. Ah, jetzt merkt man, dass es mehr wird. Ja, es geht schon mal weiter durch, aber bis jetzt, ähm, voll. Jetzt merkt man, mit der ganzen Menge, die an den Hammer kommen, dass es weiter noch nicht durchmarschiert. Das ist heute nicht mal der Kackpultabend wieder was zu tun hat. Aber, hm. Ja, ich krieg gerade mal zu tun. Dann darf man mal hin, plötzlich dauern. Ich hatte das andere auch noch aufzutunen, das habe ich auch noch nie gemacht. Entschuldigung. Ich trau es überhaupt noch. Warum lassen wir uns das? Ah, jetzt kommt es raus, dass wir uns das kacken. Ja, oh, okay, niemand. Und mich glatt. Wir haben die erste Welle bestimmt. Hahaha, geil. Sorry, feiere ich gerade. Das finde ich gerade gut. Das ist jetzt ganz unerwartet. Wie weit man mit so wenig auf der Karte kommt? Natürlich ist das eine... Oh, Mann. Ist das eine easy Karte? Das ist eine einfache Karte. Wir haben aber auch leicht angefangen. Also das heißt einfach nur, dass wir alles kaufen. Einfach ein günstiger kaufen. Aber ansonsten ist es am Ende gleiche Schwierigkeit gerade, glaube ich. Ich muss gerade sagen, okay, jetzt glaube ich, wird es schwer. Weil jetzt, ja, jetzt kriegen wir auf die Schnauhe. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das Video wird lang. Das tut mir auch leid. Das wird auch nicht geschnitten. Boah, das sieht arzig böse aus. Das ist eigentlich auch noch nicht so weit. Alter, guck mal, was ist das denn? Alter, jetzt hält der Moab da ab. Jetzt hält der Moab ab, nicht nur Bloons. Alter, wann kommen wir denn gleich? Das wird ein langes Video. Das tut mir auch leid, dass das Video so lang wird. Ihr müsst es angucken. Ich schau doch mal. Ich schau doch mal. Ich schau doch mal. Ich schau doch mal. Ich bin ja gerade... Boah, Alter, ey. Was soll uns denn jetzt noch aufhalten? Was kann ich denn jetzt noch aufhalten? Jetzt kommen noch mal die TNTs. Oh, die heißen. Hat das noch, glaube ich, noch mal. So, schau doch an. Ja. Scheibenleister. Alter, die sind aufgehalten. Das gibt's doch nicht. Wie. Haaa. Ey, das ist Freude. Auch wenn es dir nicht so anhört. Das ist Freude. Ich habe diese beiden Schütze... Ne, die beiden Schütze noch nie so aufgequält. Verdammt nochmal. Das ist ja bösartig. Bitte guckt euch nicht. Geile Sache. Feier ich garantierisch. Nice. Wow. Das meiste, was ich mal hatte, glaube ich, Level 100. Glaube ich sogar privat. Aber ich kam schon lange nicht um das rechtlichen Videos. Bis 97. Glaube ich. Das habe ich, glaube ich, in den Videos noch nie geschafft. Böse, Alter. Die halten das Ding einfach auf, ey. Die halten das einfach auf und roten da rein. Das ist ja einfach böse. Was kostet das denn? Was kostet das denn? Das ist doch unbereitet. Schein Leister. Alter Schwede, was ist das? Ey, sorry. Ich bin gerade... Wow. Happy. Also... Das ist ja einfach... Alter Schwede. 4 Drohnen haben wir. Alter. Wir setzen wie gesagt nichts von den Zusätzen ein. Und wir stellen nichts mehr auf die Karte. Auf die Karte. Jetzt... Okay, die rücken ganz davor. Okay, cool. Alter. Mehr kann ich jetzt auch nicht tun. Schade. Oder kann ich noch nicht... Okay, da kam auch gerade was durch. Da kam... Da kam auch gerade was durch, ne? Ich kann nichts mehr tunen. Ich bin jetzt wirklich am Maximum. Könnte ich versuchen... Systems, check! Er ist auch auf Maximum. Es ist alles auf Maximum. Guckt. Alles auf Maximum. Wir können nichts mehr tunen. Wir haben 5 Sachen auf der Karte mit Indian 6. Jetzt gucken wir mal, wie weit es geht. Ey, das Mini wird lang. Das Karte war auch so live. Ich würde noch nicht... Nichts draußen schiffen. Boah. Ey, mal gucken, wie weit wir kommen. Das ist ja... Den habe ich noch nie gesehen. Oder? Kam ich denn schon mal bis 100? Ich glaube, ich kam noch nie. Auch nicht vor der Rad bis 100. Weil den kenne ich nicht. Okay, jetzt merkt man... Okay, das Ding ist... Böse. Und jetzt... Jetzt verlieren wir auch. Ja, ich habe da vorne nichts was verteidigt. Geil, Level 100. Boah, das Ding ist hell. Das ist ja viel. Was ist denn das? Okay, schade. Das ist das Ende. Aber du bist weit gekommen mit den Sachen und deinen Helden. Ach komm, Stieh. Das gibt es doch nicht. Ey, da hat nichts aufgehalten. Ey, ich mache das auch schon länger... Ich zock das ja auch privat schon länger. Ey, alter Schwede. Das eine war so schwer, die Anlierne. Aber alles andere so... Boah. Boah, stopp. Wie geht's doch denn hier durch? Das ist kein Durchgang. Alter, hier kommst du nicht rein. Geil. Geil. Sorry, wenn das Video so lang ist. Sorry. Ich schreibe es auch in die Beschreibung. Sorry. Aber es wird ein bisschen Ende kommen. Es kommt noch in die Beschreibung rein. Geil. Ey, hier gibt es doch kein Ende. Wie lange soll das Video werden? Verdammt nochmal. Alter Schwede. Ich hoffe, ich schneide gleich was am Anfang raus, bis wir uns in der Ecke kommen, wo es richtig spannend wird. Und ich kasse doch ein bisschen was raus. Ich weiß nicht. Alter. Das ist halt ein kurzes Video, ey. Feier ist gravierisch. Alter Falter. Geile Sache. Alles ist auf dem Maximum, was auf der Karte steht. Etienne ist natürlich mit der Drohne. Alter, die schießt Dauerfeuer. Und ich kann sie, glaub ich, nochmal stärker machen oder noch eine Anforderung. Ich weiß es nicht. Alter. Gut, wir sind erst bei 103. Ich denk mal, es kommt vielleicht noch schnellere Durchläufe oder irgendwas. Okay. Okay. Ähm. Die stauen sich da alle. Warten die auf irgendwas? Ich glaub, die warten darauf, dass die Apfel grün wird. Ich weiß es nicht. Alter Schwede. Ich denk mal, dass ich ein bisschen was gleich aus dem Video rausschneiden. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Boah. Ich glaub, es gibt kein Ende. Verdammt. Okay. Ich glaub, ich kam einmal privat bis Level 100. Ich hab das nicht geschafft. Und in den Videos, glaub ich, kam nicht einmal bis Level 100. Ich glaube, Level 91, 92 oder so. Damals, glaub ich, Level 93. Ich bin mir sogar unsicher. Alter Schwede. Ey, die werden einfach gestaut. Die werden einfach so. Stopp. 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 Ah, jetzt marschieren sie durch. Äh. Ja, auch nicht weit. Ich bin doch ein bisschen enttäuscht, dass es immer noch weiter geht. Ganz leicht nur. Gut. Level 105 ist jetzt kein Level. Da wird ein bisschen Schulter ploppen. Äh. Aber ich behaupte immer so arrogant. Ähm. Äh. Nice. Wir haben noch 31.000 Werbel. Wir können auch die Kaufreiber nicht mehr auf den Platz stellen. Alles letzte Helden auf Maximum. Boah. Ich weiß. Halt. Was ist das irgendwie? Na ja. Ich glaub nicht. Ich denk mal, ich kürze. Aber. Okay. Ich erwarte eigentlich, dass es alles ist. Aber eigentlich nicht. Jetzt. Jetzt kommt das Ende. Jetzt kommt das Ende. Äh. Okay. Ich find's heavy. Also 106 ist für mich jetzt meine beste Leistung. Ich weiß. Es gibt Leute, die kommen auf 120 oder so. Aber wie gesagt. Wir haben nur 5 Sachen und einen Helden. Alles aufs Maximum. Wir kaufen nicht mehr. Wir müssen keine Zusätze. Ich find das gut. Okay. Jetzt kommt immer mehr. Wir sehen einfach, dass immer mehr Morps und Blooms kommen. Bzw. Am Morps. Und jetzt wird's immer schwieriger. Also wir können mal sehr lange mit Sonnen vergehen. Aber ist cool. Ist cool. Ich bin mal einfach hinterher drin. Ähm. Boah. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht den kompletten Anfang rausschneide und dann sage, es geht ab Level 100 los oder so. Ich hab keine Ahnung. So. Bis jetzt war ich gar viel Scheiße. Nein. Komm jetzt Maschinen durch, oder? Das ist geil, Alter. Schöne. Gut, wir kriegen wenig Kohle, muss man so sagen. Komm, die Maschinen doch gleich durch. Okay, das ist ja groß. Die stehen ja wie an so einer verdammten Ampel, ey. Oder mit nem Stau. Die Stau sind ja letztlich. Ich weiß ja nicht, wie viele das sind. Das passiert gar nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es in voller Länge hochladen. Ich denke mal, ja. Scheiße, der Hund drauf. Wer es mal echt guckt, guckt. Das ist in der Beschreibung. Bitte ein bisschen Mänder angucken. Ich werde nichts schreiben. Ähm. Ich hoffe, wenn ihr es guckt. Das ist blösartig, Alter. Das ist mein blösartiges Vlogs Video. Das sollte nur schnell gehen. Aber, okay. Das muss ja nicht auf die Leute gefangen, die mal etwas zu machen sollen. Okay, jetzt, 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 jetzt. Okay, ja. Wir haben 70 nur noch. Wir haben 130 Schaden kassiert. Ich glaube, lag jetzt nicht mehr. 109 schaffen wir noch. Aber ich glaube 110 nicht. Okay, okay. Also wir haben kassiert. Puh. Okay. Okay. Das ist Runde 109. Wir haben noch 70 Heals. Also, ne. Mal gucken, haben wir jetzt die Runde 110 überlebt. Aber ich glaube nicht. Aber ich bin begeistert. Wenn ihr denkt, was ich noch auf der Karte stehen habe. Wie lange wir uns durchgesetzt haben. Das ist geil. Das ist böse. Ja, jetzt. Okay, das war's. Das war's. Okay. Level 110 haben wir nicht geschafft. Wir haben Level 109 geschafft. Wir haben noch 42.000 in der Hinterhand. Wir haben nur 6 Sachen gestellt gehabt. 5 Sachen und einen Helm. Perfekt. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche einen schönen Tag. Einen guten Morgen. Einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace.